Jetzt schauen wir mal. Das ist die Lesmo. Erste. Das war ein heftiger Einschlag. Er ist zu früh aufs Gas gegangen. Das Auto ist mit dem Heck ausgebrochen. Da ist er frontal. Oh, der ist auch geblokt. Alpo Suare. Das könnte ein Safety Car zur Folge haben. Da kullern Reifen durch die Gegend. Das ist die R-130 Mark, oder? Vorsicht, Vorsicht. Holt mal das Safety Car raus. ... Stein gekommen wäre und hier hinten sehen wir es. Das ist Styropor, aber jetzt... ... Rosberg kommt jetzt in die Box. In der Safety Car. Hey, hey, Nakajima! Er ist aus Nakajima! Ja? Achtung! Oh, hier! Ein Schock von Nakajima! Oh! Wir nehmen die Aspiration, und Kobayashi, der in die Position ist. Das geht sehr, 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 sehr schnell. Die Hottest battle auf der Straße war zwischen Vettel und Kubica. Und es war jetzt zu erreichen, und es war jetzt zu erreichen, zu kommen. Die Autos haben ihre Besten zu gehen, aber sie nicht lange dauern. Sie sind nicht ohne Geschwisterung, aber die Liebe zu nahe war. Vettel versucht, aber es war nicht so. Aber seine Reihen Forward war nicht voll, von den Steuern, die die Team ein Verlangen haben. Wir müssen sie sehen. Oh, und sie werden die Reden-Flag er. Surely... Oh, mein Gott. Das ist eine große Verlangenheit. Und wahrscheinlich, sie werden die Session behalten, mit dem einen, der Hamilton-Left-Left-Left wird, und es ist eine Reden-Flag. Wir werden die Session behalten. Hamilton wird auf der Rückbrücke auf der Griehe, weil ich nicht, niemand wird ausgericht, mit genug Zeit. Oh, schau, das ist ein Problem mit dem Auto. Abbe, auf der Weg in. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem mit dem Auto. Und jetzt geht es hier weg. Was ich noch nicht? Es gibt eine Dode, zwischen den Kuhlern. Es ist ein Problem mit dem Auto. Das ist ein Problem mit dem Auto. Der Lischung hat sich noch abgeschlossen. Das hat sich noch nicht demonstriertes. Das ist ein Problem mit dem Auto. Das ist ein Problem mit dem Auto. Das ist ein Problem mit dem Auto. Wir haben die Linken gehört auf, der ist vermutlich nicht mehrso. Da war es noch mal ein Problem mit der Trennung. Das war die Mischung. Der einfach nicht mehr so ist. Das war die Räume. Die Räume dieses Radiuszner ist also. Das war glücklich. Das war das Spiel. Hier läuft weiter. Der Kuhlern ist zu einem Balance. Der Kuhlern ist darauf, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020